Ich bin eine schwangere Frau, vierten Monat. Möge Allah a.s.w. dir ein gesundes, rechtsschaffendes Kind geben. Und habe braune Schmierblutung, darf ich damit bitten. Ja, du betest damit, beidnillah ta'ala, um salam radiya allahu anhu wa abdaha. Sagte sie es als nichts, das heißt, es gibt hier kein Problem darin. Du wächst dich, insha'Allah ta'ala, das heißt, du machst den Udo und dann betest du, beidnillah ta'ala.